Hallo und herzlich willkommen zu... Was ist jetzt los? Achso. Der Ladebildschirm ging auf einmal ein bisschen schnell. Ich war gerade verwirrt. Ja, beste Intro ever zum 1 gegen 1 Battle von Dominik und mir. Ja, grüße. Ja, ja, da kann man da jetzt hinter seine Barriere kommen. Ja, war klar, ich verliere. Ich kenne den neuen Champion noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Barriere steht. Die steht so lange, bis sie zerstört ist, ja. Boah, ist ja richtig gekotzt. Aber ich habe den neuen Shards auch jetzt das erste Mal in 101 gespürt. Den neuen Shards im ersten Mal gespielt. In meinem ganzen Leben. Schaffschütze! Das überlass das nie. Ajo! Oh, hat das wehgetan? Leck mich doch. Merk schon. Ich krieg auf die Fresse. 2 zu 0. Der nächste, von dem ich irgendeine Fresse kriege. Achja, mir fällt gerade ein. Das ist harte Eier gegen Dominator. Harte Eier gegen Dominator. Ja, richtig harte Eier hier, ey. Meine harten Eier wurden eben schon von Steven gekocht, also von daher. Das sind nur noch halb harte Eier. Ja. Das war eins hart, eins weich. Ja. Hart weiche Eier. Was bist du denn? Ja, das ist, äh. Ach, da bist du. Oder bist du es nicht? Ja! War das knapp, Alter. Ich habe 15 HP gehabt, Alter. Achja, von mir aus können wir auch noch so kleine Eigenregeln vorher festlegen, was wir so machen. Das habe ich mit Steven auch eben gemacht. Was? Äh, das war zum Beispiel, also jetzt mit D.Va nicht speziell, aber mit so ein paar Champions, wo halt die Sachen kacke sind. Äh, sowas wie reparieren von Bastion oder sowas halt. Ach so, ja, da hatten Jadik und ich auch gesagt, der ist im Prinzip ohne geschützt. Ja, oder das reparieren ist auch richtig gestört, Alter. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt um Dings geht. Ach du Scheiße. Bleib ich einfach an der Ecke hängen. Oh Gott. Wir haben Seiten getauscht, ne? Ja, so ein bisschen. Gut, dass wir keinen Fallschrank kriegen. Alle, das merken wir uns nicht. Ach. 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 Habe ich dich mit Ulti erwischt? Ja. Neu. Also wir haben beide gleich noch nicht die Ulti gezündet. Alter, das machen Mensch. Alter, das sind wir alles Alter. Oha. Also, ich würde von Anfang an sagen, Ultimates verboten, ganz ehrlich, Alter. Was ist verboten? Ultimates, ist ja richtig ranzig. Also wir haben es jetzt eben beide halt eingesetzt so aus Panik so, aber sonst würde ich sagen Ultimates so halt sowas wie von D.Va oder so. Yeah, baby, yeah. Main? Hä? Main? Ja. Aber ich habe da gegen... Dieven habe ich verloren! Und gegen... die glaube ich fast verloren. Okay, die kann ich gar nicht, gar nicht gleich sagen. Was ich richtig schade finde, ist, dass ich bis lange noch nicht die Gelegenheit hatte, Rainer zu spielen im 101. Ja, da habe ich jetzt schon dreimal, Alter! Rainer ist halt mein Main, ne? Ja, das habe ich schon gehört. Ja, die kann ich überhaupt. Ja, ne, ich hatte Glück gehabt, dass ich gesehen hatte, wo du deinen ersten Teleporter hingeschmissen hattest. Oh. Reaper. Reaper, Reaper, Reaper! Der ist doch auch richtig freudig, Alter! Nein. Mit dem Abhauen. Da drüben bist du, okay. Ich habe mich noch gar nicht gesehen. Mensch, zwei HP. Gott! Was war das für ein bisschen ein harter Fail? Da glaubst du doch selber nicht! Dass du jetzt wegkommst! Ich glaube, das hat gefehlt, ey. Ja. Der Stand. Drei. Zu vier. Ah! Ey, das sind so richtige Drecksrunden gerade, ey. Das sind alles Händler. Das ist eine Eins-Apokalypse. Äh. Wollen wir ohne E spielen? Also ohne hier? Ja. Ja, können wir machen. Fällt mir gerade so ein, der kann es ja hier und das habe ich nämlich mit Minigo gar nicht bedacht. Ja, okay. Nein! Der ist mit Hook, wäre das nichts geworden. Da ist er. Da ist er. Da ist es jetzt, das Protz. Ja, das könnte ich mir jetzt aber auch noch mal machen, weil das hatte ich nicht gesehen. Du kannst es noch aktivieren, weißt du? Ja, ja. Und dann explodiere ich. Ja, das war aber auch, ich habe es durch Zufall gesehen, dass ich noch aktivieren konnte. Ich so, ja, du drückst da einfach mal Q. Ja. Das ist richtig ranzig, Alter. Ja, gut, aber gut gespielt. Ja. War mal knapper als wir gewusst. Ja, das war die Hinrunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns in der Rückrunde. Malure. jour? Malure. нал剛剛. Malure. Malure. Wil